moin moin dieses video benötigt ein kleines bisschen kontext punkt 1 ich heiße im video nicht pew pew pengu sondern rabatze habe mit meinem zweiten account gespielt bitte nicht wundern punkt nummer zwei stream sniping ist scheiße das was ihr hier jetzt seht ist kein richtiges stream sniping sondern ein event von psychshot einem streamer der hat das stream sniping event genannt weil er gesagt hat ich mache meinen stream an ihr kommt vorbei versucht doch mich zu töten wenn ihr es schafft und damit es nicht so einfach ist hat er sich eine security force herangeholt von über 20 leuten vorwiegend die pvp orga wolfsbau dann hat er sich auf seinen stein auf demar gesetzt ein bierchen aufgemacht grinst sich eins und sagt kommt doch her versucht es doch versucht doch nicht zu kriegen und genau dem ruf sind wir gefolgt und daraus ist ein ganzer abend voller super geiler pvp action entstanden wir haben dogfights wir haben versucht den mit dem torpedobomber zu kriegen wir haben fps action mit sniper mit railgun wir haben ihn bis in den bunker zurückgetrieben explosion ohne ende so viel action dass gar nicht alles in ein video passt in diesem ersten video habe ich erstmal nur die geilen dogfight szenen zusammengeschnitten und dann kommt der rest später noch mit dazu vielen vielen dank an psychshot und den wolfsbau für das organisieren des events vielen vielen dank an alle die mit dabei waren bei uns im voice chat vorwiegend to nice und dann i hope aber auch alle anderen die im stream zu sehen sind und immer wieder dazwischen gefunkt haben es richtig toll hat richtig viel spaß gemacht vielen vielen dank und jetzt wünsche ich euch allen viel spaß bei den videos herzlich willkommen bei uns heute hier für den für das stream sniping event wir machen heute ein kleines schönes spiel wo wir ja schon vor über einer woche eingeladen haben dass ihr uns tatsächlich verfolgen können wenn ihr wollt das heißt wir werden uns heute mit über 24 leuten sind wir positioniert wir haben luftraum wir haben bodenkampf wir haben andere sicherungsmöglichkeiten und haben euch quasi herausgefordert gegen uns heute anzutreten und ja damit noch mal herzlich willkommen an alle die uns heute jagen wollen wir reporten niemanden tatsächlich in dem fall wir laden ja die leute recht herzlich dazu ein uns zu stream snipen weil wir einfach bock auf pvp haben und action alles gut wir vergeben auch keine crime sitz tatsächlich bei den event so lange nicht wie man uns keine crime sitz gibt vielleicht solltest du noch das thema rammen erwähnen ab jetzt darf man uns quasi rammen also alles was nur toss ist ah ok haben wir ja gesagt also wenn ihr uns in der safe zone wegramt zählt das natürlich nicht als kill und es müssen toss konforme kills sein ok wichtige info für die angreifer der point security post brushart auf dema da könnte uns jetzt versuchen zu töten ist das so ist die aufstellung wir kriegen gleich zwei storms und zwei zenturions die beiden gehen jeweils ein zenturion ein storm auf eine seite der berghänge dass sie sich gegenüberliegen von den berghängen schützen können ich bin ich bin ich bin einfach in seinem bodenfahrzeug sitzt ich finde es geil ich finde insgesamt die bodenfahrzeuge sind viel zu wenig gegen viel zu wenig liebe 12345 das sind viele von denen er fährt dann noch ibi fährt nach 0 4 nach koma fährt nach wir sind bei um 1 ich bin da ich bin bei um 1 und kommt zu uns so der trick ist einzelne tages fokuss und nicht sterben ja rechtzeitig rausziehen die kunden die kaputt wo es ibi ich habe hier der fx 3 kann aber auch ein freund von uns sein theoretisch ne ich habe mcb aber auch auf sechs klicks ok das ist auf jeden fall ein feind kommt näher sein ob es auch mehr sandtags ja 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 wir machen wir auch was in der mitte zwischen uns ich bin vier klicks zu der pfeil dann gehen wir auf bierbau vier klicks auf bierbau wir können auch die mit missiles totspam bierbau 1,3 auf bierbau ja effektiv hat gut gefressen ja das lebt immer noch sieht raus der zieht uns da unten zu den anderen da ist ok wenn wir den finishen können ich habe immer noch raketen bei bierbau sind drei leder bierbau vier leder aus bierbau hat vier schiffe der hinter sichter ja ja wir sehen es wir sehen es kriegen misselt ohne ende die jungs aber ich kann nix aber ich kann nix feuer frei harald der ist ziemlich kaputt der ist rot wir brauchen ja sehr schön nächsten aber zугeln ja ok 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 renne ist geplatzt mit mauro die bisschen weg gezogen früher das war hier zwei quadratieren formen ja in gating wenn 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 ich ja es krupp truppi ist da neben euch wenn wir ja stuppi zieht aber ziemlich runter ist auch runter ja ich krieg gleich ein pass so bei mir ist der ding bobby ist bei mir hier du hast zwei box eigentlich so an dir dran kriegt feuer von ihnen ich muss auch santa kai ist hier auf 4 hälfte ich gehe jetzt die santa kai santa kai zieht raus ich krieg auf die santa kai raus die hat auch ziemlich gute ehrenwerte trifft man gut mit rockets geht zwei klicks auf die box ja ich bin auch auf zwei bots missile viele an zero zeroes focus target ja ja ich hau ab zwei bots zieht raus ich auch ein klick hinter katzik ist auch hier ja wir sehen die richtung hinter sinna katzik ist es raus der ist einer der nennt sich vier angry trees ja habe ich in kasten da wo ich hinschieße ich krieg auch gerade frei rein ich muss auch ausziehen zieht raus nichts riskieren ja du hast ironen an dir dran synax in der inferno ich habe zwei bots wohnen sehe ich hier der ist aber so weit unten den würde ich jetzt nicht angreifen der ist da auf jeden fall reichweite von denen einer zieht hoch von denen ich wäre dafür dass wir die scopies weghauen ja perfekt ja ich habe ihn ich habe fünf klicks ich habe drei von der nv arrow von skywolf kriege ich rein gerade der ist neben mir dann hänge ich mich an dich dran ah ich treffe ihn leider nicht der ist gerade auch über uns karsten gerade senkrecht über uns zieht durch niklas zieht effektiv auf ihn gute hits bin direkt hinter ihm namen siehst du auch nicht ne rabatzel direkt aus meiner richtung ich sehe gar nix oh da sehe ich noch was richtung captain kuchen synax ah fuck ich bin im blackout ah hier sind die ganzen bodenfahrzeuge holy shit ich bin im software ich ziehe raus direkt über uns vor uns karsten ja irgendwas ist dort über uns explodiert übrigens ja das war rabatzel ok dass noch was gesplasht oh jetzt geht es los chelis jetzt wird es langsam spannend hier ich würde einmal kurz reparieren fliegen ich fliege auch reparieren alles klar dann breche ich ab die jungs die jungs haben auch super viel zu tun sagt mit felix eben das ist gut ihr kriegt auch einen spaß das ist die erste wall die bricht ne das ist die luft oh da kommt was rein kopfnuss und und ist im boden gescheppert neben mir das sah knapp bei mir aber auch aus ja hier ist hier wir sind jetzt zu siebent tamsch ist auch nicht weit weg 90.000 ich bin auf dem weg genau können wir noch kurz auf tamsch warten travis mordzern sind auch auf dem server ja guten abend hallo frage mal den chat ob die mit groundvegan kommen wollen weil die kannst du selber fangen die höre nicht ja hallo chat ich grüße meine oma und kommt mal bitte mit groundvegan ich würde auch gerne in der clip steigen und da so eine a2 von ihnen wegballern das menü ok das heißt die hören gleich auf so wie es aussieht dann lassen wir da nicht jetzt angreifen erst ja bevor der vorbei ist ja agripp ok synax du hast den lead ganz tief ganz tief ja sehe ich uuuuuhhhh der knallt uuuuhhhhhh schöne explosion war das schön war das das schön denn schönes feuerwerk karsten hast du die gekriegt keine ahnung ich weiß es nicht aber ich war drauf weil ich ja jetzt ein pip hab ja wieso hast du jetzt auf einmal ein pip der rocket lock f2 und wieder f2 gedrückt und dann hatte ich ein pip ok ich gehe auf slack ein bisschen rabatze du bist schon so weit vor siehst du eigentlich wenn die ein bisschen beschäftigt werden gehen die bleiben die hier ist ein captain kuchen in der prowler cybox in der santokai zack bierbar 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 ist target in der anvil hurricane bierbar bierbar drei klicks auf bierbar bierbar check die sind neusten drei klicks auf bierbar 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 Rabatzel auf 100 Grad. Ich war über Omega in die Richtung gucken, da kommt was rein. Ja, ich seh's. Rabatzel. Rabatzel kommt runter. Fünf Kilometer. Da ist noch einer mit bei. Zero, Sazic. Zero, du hast Cyborgs an dir dran. Du hast zwei Leute an dir dran, Zero. Ja. Ich seh's, ich geh auf Cyborgs. Oh, da kommt noch was anderes rein. Xinax, rechts, 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 Carsten. Ja, wo ich hinschieße? Ja, ich schieße doch schon vor ihnen. Ah, der ist vor Ronin. Ein Klick auf Cyborgs. Ich muss weg, ich werde von denen beschossen. Engaging. Zwei Bots. Uh. Da ist noch ein andern. Oh, der hinten hat zwar direkt geschnallt. Jetzt haben wir hier noch. Lu, äh, Richtung Panzer. Nee, über euch, direkt über euch. Nee, nicht auf den, tauchen nicht auf den, falscher. Zwei über uns, direkt zwei über uns. Check. Hab ihn. Ein Klick. Engaging. Alter, die Centurions tun so weh. Ja, das sind die Storms auch am Boden mit unfassbar vier Raketen, ne? Okay. Was zieht da durch? Ich seh'n da hinten mit Zero. Jetzt hab' ich ihn im Target. Previce ist nicht von uns. Okay. Cybots frisst. Cybots flash. Nice. Sehr geil. The Fox is target, or the fax. Ah, das sieht schon geil aus, ne? Da ist noch einer. Das ist abgesprochen gerade, das sieht echt gut aus. Okay, ich kann gut wirken auf ihn. Roma, Vorsicht, du hast noch 100 Ghosts an dir. Ich merke das. Bei Ronan. Er kommt Startjust rein. Über uns Carsten, rechts, direkt über uns. Geht es, fliegt jetzt Richtung Crusader, Richtung Crusader. Ja, ich bin auch effektiv auf der Fox. Gute Hits, gute Hits. Ich bin direkt hinter ihm. Ja, sehr effektiv auf ihn. Ich seh', dass das nur mal in irgendeine Richtung schießt. Mit den Raketen. Das ist natürlich direkt auf dem Stein. Jetzt wird man mit Bierbauch. Oh ja, jetzt wird sie da. Ja, Ratze. Ich seh'n. Carsten, die Hand vor dir. Ja. Jules. Star Jules. Oh, der ist gerade explodiert. Ja, das war Star Jules. Da ist noch ein Jules dazwischen. Achtung. Ich hätte hier vorhin irgendwo einen gesehen. Aber das ist natürlich schwierig jetzt. Der Fax hat keine Schilde mehr. Ja. Merge auf ihn. Engaging. Treff ihn gut. Oh, der ist gleich tot. Der durfte gleich platzen, ja. Splash. Alter. Klar. Oh, scheiße. Fax ist explodiert. Direkt daneben, die Hurricane. Mr. Bierbauch. Ja, ja. Bin ich hinten dran. Sehr effektiv. Tolle Salbe rein. Ja, ja. Ich werde von hinten beschossen. Aber jetzt kriegen wir gerade echt Attacke rein. Ich habe das Gefühl, jetzt haben die Jungs geschafft, auf die Server zu kommen. Schöne Rakete. Sehr effektiv auf Bierbauch. Er geht runter. Ich gehe daher. Beschossen von hinten. Ja. Wenn er beschossen wird, muss er draus ziehen. Nicht auf den Boden knallen. Wie. Bierbauch. Flüss. Volle Salbe rein in ihn. Ich bin schlecht. Ich ziehe raus. Da schießt was mit Distortions von da oben. Bierbauch. Bierbauch ist drauf gegangen. Hier bist du noch auf Bierbauch? Ja. Aber ich muss auch rausziehen. Bierbauch ist, glaube ich, gestorben. Bobby ist an mir dran. Eine Ghost. Können wir auf den gehen. Bobby 9000. Da ist Knopflos, Carsten. Rechts da. 10 Kilometer. Rechts von uns. Fahrtrichtung. Da sind wir noch ein bisschen verstreut gerade. Ja. Ich werde jetzt platzen. Wahrscheinlich. Oh, ich werde beschossen. Ja, ich sehe es von unten. Splash. Nice. Und was? Bamschkoma noch ein Talos. Das ist aber der Omega. Ich bin raus. Omega ist aber down. Okay. Bobby. Bobby ist auch hier. Okay. Collapse am Koma. Okay. Warte. Drei. Oh, der kommt langsam rein. Der kommt langsam rein. Ja. 890 kommt rein. Das ist die 890. Das ist Knopflos mit der 890. Der will ein bisschen mehr überleben. Oh, das war blöd. Passt aber auf, dass der nicht nur tankt. Ne. Sonst lenkt der vielleicht mal ab. Da war ich jetzt hier irgendwo rumgeflogen. Jetzt habe ich ihn wieder verloren. Fliegt eine 890 Jump. Wie sieht es bei der R aus? Der gibt einen Kuchen. Ganz schwerfällig dreht er. Hinter Leo. Ich glaube der R geht es gut. Aber wir haben gerade ein paar Verluste gemacht. Der ist alleine. Das ist Knopffi. Knopffi will ein bisschen chillen. Aber der muss trotzdem weg. Wer war das mit Starjust und so weiter? Das war doch... Ne. Nicht du los. Woher kommen die denn? Irgendwie sagen die mir was. Könnt ihr trotzdem Knopflos wegmachen? Vorne sind irgendwelche Explosionen. Seht ihr das? Vorne Bunker. Ja, das war das eine Alien-Schiff, was von hochgegangen ist. Also Knopflos muss trotzdem gekillt werden, ne? Ne, dass der irgendwie aus... Das ist gerade hier. Bei Captain Kuchen. Ja, ich sehe es gerade. Oh. Oh. Der hat sich selbst gekillt. Der hat sich selbst gekillt. Fuck, ich habe es nicht gesehen. Machs nochmal. Machs nochmal. Ich habe hier ein Nest gefunden. Target Struppi. Bei Chroma. Geht Check. Ich habe Struppi einklickt vor mir. Engaging Struppi. Und zurück. Auf Seven Erektur. Forward Proximate alert. Über uns ganz viele Marker. Jetzt kommt sie weg, jetzt sind zis. Da werden wir erstmal nicht wechseln. Da kommen sie. Hä? Wo? Oh, da oben. 10 IB kommt da rein. Ich hab ihn nicht mehr am Target. Der ist weg. Achtung, ich sehe ihn, Carsten. Siehst du? Links von uns. Fick da oben lang. 10 IB. Richtung Crusader. Ja, ja. Aber der ist schon zu weit weg. Ja. Aber der kriegt ein Missiles. Geh auf Bobby. Okay. Boah, Alter. Acht Paketen. Auf einmal. Lecko mio. Ja, der hat Dings geworfen. Ja, das war's, Alter. Kommt irgendwas Großes. Commander Bahama da. Oh, das könnte A2 sein. Von wo? Hinter Bobby. Bei Bobby und Ronan. Steckt alles ab, was ihr habt. Bei Bobby und Ronan. Okay, alles klar. Ja, sieht aus wie ne... Nächste Mr. Farah. Oh, lol. Bahama da, Feuer! Komm, komm! Jetzt kommen keine... Nicht früher, Junge! Nicht früher! Volltreffer, Bahama da! Volltreffer, Bahama da! Damit hast du aber zur erste Luft ab, wir haben eine Partei auseinander genommen. Das war aber die falsche. Hier hast du doch Loot! Negativ, negativ. Starfarer down, Panzer leben! Ich glaube, wir sind alle gerade versammelt. Vier, machst du ein Lead? Ähm... Ich hab gerade keine Targets. Ja, dann flieg rein, Finn fällt hier. Ich bin hinter dir. Vier sieht auch schwer aus wie ein Pavian. Na, das ist Berufsrisiko. Hinter der A2 auf Munich ausrichten. Irgendwas kommt dahinter. Ist ne Paula mit Captain Kuchen. Ja, ja. Hinter mir. Was hinter Kuchen, hinter der Paula ist was oder was? Ja, hinter mir war was. Hinter mir war was eben. Ja, ist die Rocket Sonic glaube ich? Nein, nein, nein. Weiß wir nicht. Okay. Hinter der Paula ist was drin. Ja, da wo Bobby jetzt ist, müsste was gewesen sein. Ja, könnt ihr mal aufhören, um was drüber zu fliegen? Ich seh nichts durch den Staub. Das ist zu realistisch stellenweise. Ähm, Munich-Ritter hab ich hier. Ist das einer von denen? Kenn ich nicht. Kommt wieder was rein über Munich. Acht Kilometer. Sechs Kilometer. Zwei Gladius. Ne, irgendwas hat bei Kilken geschossen. Ja, hier ist Cyborgs. Also in dieser Richtung sind die. Alles klar. Ruf da. Kuchen? Ja. Captain Kuchen ist die Paula. Cybox ist erstmal Target. Läuft. Ach, da oben. Cybots, ja. Ne, nicht Cybots. Cybots ist unser. Cybots ist unser. Nicht auf Cybots. Stimmt, aber auf Cybots wird's geschossen. Okay, du. Ein Klick. Engaging Cybox. Startoffen. Wer? The Facts. Sehr effektiv. Schilde rot bei Cybots. Nein, der Fußboden. Nein, der Fußboden. Ja. Ja. Ja, Rabatzel, Rabatzel. Ja, 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 ja. Schau, die ist jetzt gegen uns. Ui, der hat euch aber… Ui, der hat euch aber… Ui, der hat nochmal gerecht neben mir angefangen. Endgegen der Fußboden. Es ist immer der gleiche. Bist schön im Stream direkt über Ballista runtergegangen, du hättest ihn fast noch mitgerissen. Das war richtig knapp, du warst 20 Meter vor der Ballista von ihm. Ah, der Rammer. Ja, da steht noch was auf dem Zeitraum. Mech, 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 Mech. Mech Travis, Mech Travis, Mech Travis. Mech Travis? Gospo! Gospo, Digga! Wer ist denn Gospo? Gospo ist da. Ein sehr, sehr guter Dogfighter. Okay, jetzt haben wir halt die richtigen Leute in der Hand. Super. Ich glaube, ich habe zwei Hornets an mir dran. Oh, ich krieg gut, ich muss raus. Alter, wie die mich gerade mit 16 Raketen vom Himmel geholt haben. Das sind die Storms. Pew, pew! Bingo!